So, ich freue mich, dass ihr da seid, weil wir wollen, wie verheißen, eine kleine Mini-Reihe starten. Thema Jesus und das Alte Testament oder genauer, wie hat Jesus eigentlich über das Alte Testament gedacht? Darum soll es heute gehen und dann auch die kommenden beiden Sonntage. Frage, warum ist dieses Thema eigentlich drei Predigten wert? Ganz einfach, weil wir vor einem Problem stehen und ich sage mal, das Problem, wo wir, konservative Gemeinde, davor stehen, ist folgendes. Wir leben in einer Zeit, in der freie Gemeinden immer mehr mit einer Idee konfrontiert werden und auch immer mehr eine Idee annehmen, die da heißt, die Bibel, so wie man sie so gemeinhin hat, die Bibel ist überhaupt nicht Gottes Wort, sondern ist eigentlich nur ein Buch, das Menschen aufgeschrieben haben, um ihre ganz persönlichen, subjektiven Erfahrungen mit etwas Göttlichem weiterzugeben. Und die Frage, die wir uns an der Stelle stellen müssen, lautet jetzt folgendermaßen. Das ist die Frage, über die wir uns unterhalten müssen. Ist die Bibel Gottes Wort an uns oder ein Buch von Menschen, die aus ihrer Sicht etwas über Gott geschrieben haben? Und auch wenn ihr das vielleicht jetzt komisch findet, das ist für mich die Frage, an der sich das Schicksal einer Gemeinde tatsächlich entscheidet. Ich weiß, dass das schräg klingt, dass man das Schicksal einer Gemeinde irgendwie an ihrer Einstellung zu einem Buch festmachen will. Aber es ist halt so. Die Bibel ist ein altes, kompliziertes Buch und man braucht etwas Know-how, um sie sauber auszulegen. Das ist überhaupt keine Frage. Da gibt es Grammatik zu berücksichtigen, Kultur, Geschichte, alte Sprachen und noch ein klein bisschen mehr. Das will ich alles definitiv nicht abstreiten. Und es ist gut, auch wenn wir an der einen oder anderen Stelle zugeben, dass wir nicht alles verstehen. Und doch ist die Bibel Gottes Kommunikationsmittel an die Menschheit. Und wenn jemand sagt, ich möchte Rettung finden oder ich möchte Weisheit finden für mein Leben, dann wird er in diesem Buch fündig. Und ich habe das letzte Woche schon gesagt und ich möchte es gern nochmal wiederholen. Man kann so weit gehen, dass der Erfolg eines Lebens abhängt von der Menge an Zeit, die ich im Nachsinnen über die Bibel verbracht habe. Psalm 1 heißt es dazu. Wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten. Der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Und jetzt der Vergleich. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht, Jahr für Jahr trägt er Frucht. Sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm. Und wir merken, unsere Haltung zur Bibel, das ist kein Randthema in meinem Leben, sondern das ist tatsächlich ein Thema, das über mein ewiges Schicksal, über den Erfolg meines Lebens entscheidet. Und deswegen ist das wichtig, dass wir richtig über die Bibel denken. Wie gesagt, wir leben in einer Zeit, in der in freien Gemeinden, wie wir das sind, dieser konservative Blick auf die Bibel immer mehr in Kritik gerät. Frage, warum ist das so? Und das hat damit zu tun, dass wir, ich will mal sagen, die Antwort ist jetzt schon ein Stück komplizierter. Es hat damit zu tun, dass wir uns überlegen müssen, wie tickt die Zeit, in der wir leben? Wie tickt die Postmoderne? Und wenn man die Postmoderne, unsere Zeit, betrachtet, dann spricht man in der Literatur von dem sogenannten psychologischen Menschen. Also der psychologische Mensch, das ist der Mensch, der in sich hineinschaut. Und das, was er in sich an Gefühl findet, das bestimmt darüber, wer er ist. Ich bin das, was ich fühle. Und ob uns das nun passt oder nicht, wer sich auf diesen Weg begibt, der macht tatsächlich sein Wohlbefinden zu seinem Gott. Und dann geht das noch einen kleinen Schritt weiter. Es wird dann noch gerne behauptet, dass ich nur, wenn ich nach dem lebe, was ich fühle, also nur dann, wenn ich authentisch bin und Authentizität, das ist das A und O, nur wenn ich das tue, dann sorge ich dafür, dass meine Seele nicht krank wird. Also ich muss nach dem leben, was ich in mir finde. Das ist das Dogma. Und jetzt sage ich mal, bis auf wenige Ausnahmen, vielleicht Pädophile und Soziopathen, ist es ganz wichtig, dass ansonsten bitte jeder seine individuelle, einmalige Art auslebt. Das, was er in sich drin findet. Und ich will euch nicht erschrecken, das ist die Zeit, in der wir leben, das ist das, was die Menschen glauben. Und das sind Gedanken, die uns natürlich auch beeinflussen werden. Wir werden ein Stück weit diese Gedanken übernehmen. Und jetzt habe ich diesen postmodernen Menschen und, naja, Er sagt jetzt, mein Wohlbefinden, mein Sein, das ist das, was mich definiert. Und logischerweise, wenn ich jetzt schlechte Gefühle habe, dann ist das irgendwie falsch. Ja, weil das darf einfach nicht sein. Jetzt kriege ich nur als Christ ein riesiges Problem. Ich bekomme ein Problem, weil dieser Gott, mein Wohlbefinden, passt irgendwie nicht zur Bibel. Oder andersrum, die Bibel passt nicht zu diesem Zeitgeist. Weil in der Bibel tauchen Dinge auf, mit denen der postmoderne Mensch überhaupt nicht klarkommt. Also da gibt es zum Beispiel einen Gott, der Völker richtet, weil er sagt, das Sündenmaß ist voll. Da gibt es einen Gott, der sagt, Sexualität ist klasse, aber ich hätte es gerne im Rahmen einer Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Oder Gott ist null inklusiv. Ist euch das mal aufgefallen? Er ist super exklusiv. Er sagt, es gibt genau einen Weg. Du möchtest ewiges Leben haben, Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alle anderen Wege, sorry, führen am Ziel vorbei. Hölle, dass Leute wirklich verloren gehen, ist total unpopulär geworden. Und jetzt will ich mal ganz chauvinistisch noch den letzten Punkt bringen. Eine Gemeindeleitung, wie auf dem Foto vorhin aus Männern. Ey, das geht gar nicht. Und ihr merkt, wir leben in einer Zeit, wo in der Bibel Dinge stehen. Wir versuchen das irgendwie umzusetzen und damit zu leben. Aber es sind genau solche Sachen, wie ich sie eben aufgezählt habe, die machen dich in den Augen deiner Arbeitskollegen oder deiner Schulfreunde zum absoluten Spinner, wenn du daran glaubst. Und jetzt könnte man sagen, ja, ist doch nicht schlimm. Ist doch überhaupt nicht schlimm. Das ist doch genau das, was Jesus verheißen hat. Matthäus 10, Vers 22. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt, bis ans Ende, der wird gerettet werden. Na, ist doch immer schon so gewesen, oder? Vorsicht. Ja, über Jahrhunderte hinweg war das völlig normal für Christen, was hier steht. Dass sie ausgegrenzt werden, abgelehnt werden, gemobbt, häufig entrechtet, vertrieben, ermordet. Und über Jahrhunderte hinweg war völlig klar, das ist der Preis, den wir bezahlen, weil wir Jesus nachfolgen. Wir haben uns entschieden. Wir gehören nicht mehr dazu. Das eine ist der Zeitgeist. Die dürfen ihr Ding machen. Dafür gehen sie verloren. Wir sind raus. Ist nicht mehr unser Ding. Jetzt haben wir nur folgendes Problem, ja. Wir haben jetzt diese Spannung. Versteht ihr? Auf der einen Seite sind wir als Kinder unserer Zeit in diese Zeit hineingeboren. Wir kommen da gedankenmäßig nicht raus. Wir haben also auf der einen Seite den psychologischen Menschen der Postmoderne. Wir haben eine Kultur, die von Selbstannahme und von Selbstverwirklichung geprägt ist. Eine Kultur, die mir jeden Tag einredet, dass das, was ich über mich fühle, am besten beschreibt, wer ich bin. Und eine Kultur, die mich jetzt auffordert, so zu leben, dass ich mich möglichst gut fühle. Ist doch logisch. Das ist das Ziel des modernen Menschen. Fühl dich gut. Horche in dich hinein. Lebe aus, was so an Emotionalität in dir drin steckt. Sich gut fühlen. Versteht ihr? Da ist nichts von wegen, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ausharren bis ans Ende, das hat nichts mit gut fühlen zu tun. Also ich habe auf der einen Seite hier, ganz klar, ich weiß, ich bin mit Jesus unterwegs. Aber auf der anderen Seite habe ich das, was mir die Kultur einfach jeden Tag neu mantraartig predigt. Werde, was du fühlst und fühl dich wohl. Das ist irre, oder? Also auf der einen Seite die Kultur, fühl dich wohl. Auf der anderen Seite eine Religion, wo der Religionsgründer mir sagt, hey, ich habe eine Verheißung für dich, du wirst dich nicht wohlfühlen. Wie passt denn das? Auf der einen Seite trimme ich mein Leben auf gute Gefühle und ich werde jeden Tag durch den Zeitgeist und durch die daraus resultierenden Gewohnheiten, ihr erinnert euch an die Vorträge über säkulare Gewohnheiten, wir machen die Dinge ja einfach mit, wir werden jeden Tag in diese Richtung konditioniert. Mein Leben macht mich einfach, dass ich mitlebe in dieser Welt zu jemandem, der gute Gefühle liebt und ihnen Beachtung schenkt, mehr Beachtung schenkt, als sie wahrscheinlich verdienen. Das ist die eine Seite und du kommst da nicht einfach raus. Und auf der anderen Seite stehe ich als Christ für ein Denken, für das unsere tolerante Gesellschaft nur Verachtung übrig hat. Und jetzt kann ich natürlich, ich kann diese Spannung auflösen. Ich kann sie auflösen, indem ich einfach schweige. Ich muss ja mit niemandem über das reden, was ich so denke. Ja, ich kann mich nur noch mit meinen christlichen Freunden umgeben, so in meiner Echoblase leben, aus Lobpreisliedern und Lieblingspredigern, die ich mir so zusammensuche. Das kann ich tun. Oder ich bekomme ein Problem. Ich bekomme ein Problem mit der Welt, in der ich lebe, weil die mich einfach für einen Spinner hält. Und jetzt, ich werde für einen Spinner gehalten und habe aber in mir diese tiefe Sehnsucht nach, ich möchte mich aber gern wohlfühlen. Versteht ihr? Diese Spannung, wie löse ich die auf? Und die Antwort ist, entweder gar nicht und du lebst mit ihr. Oder es gibt irgendwann einen Ausweg. Das ist kein wirklicher Ausweg, aber ich muss ihn euch präsentieren. Es ist ein Pseudo-Ausweg, der damit zu tun hat, dass jeder, der in dieser Spannung drinsteckt, natürlich irgendwann feststellt, ich habe diese Spannung doch eigentlich nur aus einem einfachen Grund. Der einzige Grund, warum ich diese Spannung habe, ist, dass es dieses Buch gibt. Versteht ihr? Also ich hätte diese ganze Spannung mit dem Zeitgeist ja nicht, wenn es nicht die Bibel gäbe. Also wenn ich das irgendwie schaffe, Christ zu sein und die Bibel loszuwerden, wenigstens die Teile, die mir nicht passen, dann habe ich die Spannung doch aufgelöst, oder? Und jetzt wirst du sagen, ja, aber das ist doch ein bisschen, das ist ja nun nicht ganz das, was man machen soll. Aber es ist halt so, ja, dieses dicke Buch ist mein Problem, wenn ich diese Spannung wahrnehme. Und jetzt an der Stelle kommt das ins Spiel, was man liberale Theologie nennt. Liberale Theologie ist jetzt ungefähr 200 Jahre alt, die gibt es also noch nicht so lange. Und im Zentrum liberaler Theologie steckt folgende Idee, nämlich die Idee, wir machen mal aus der Bibel nicht mehr ein Buch, das Gott den Menschen geschrieben hat, sondern wir tun einfach mal so, wir sagen einfach mal, das ist nicht ein Buch von Gott an Menschen, sondern das ist ein Buch, das Menschen für Menschen geschrieben haben. Also Menschen mit normalen Meinungen, die Kinder ihrer Zeit waren. Und das bedeutet, für einen liberalen Theologen, in evangelikalen Kreisen spricht man dann auch von progressiver Theologie, da hatte uns Jenny einen Vortrag gehalten, ihr erinnert euch, ich setze da so ein Stückchen voraus, dass ihr da euch noch dran erinnert. Für einen liberalen Theologen ist die Bibel nicht Gottes Wort, sondern das Wort von Menschen über Gott. Also fehlbare Menschen, Kinder ihrer Zeit machen Erfahrungen mit Gott und im Rahmen dieser Erfahrungen schreiben sie ein Buch. Nicht Gott kommuniziert mit den Menschen, sondern Menschen kommunizieren über Gott. Das ist der Denkansatz liberaler Theologie. Und das bedeutet natürlich, wenn ich das schlucke, wenn ich sage, jo, das glaube ich jetzt auch, dann kannst du natürlich, weil dann ist das ja nur noch ein Buch von Menschen, dann kann ich aus dem Buch natürlich all das nehmen, was mir gefällt. Das ist dann meist so der Aspekt Liebe und Rettung und so, das ist immer gut. Und alles das, was mir nicht gefällt, naja, das ist dann halt Verhandlungsmasse, weil das sind ja nur Menschen, die das geschrieben haben und dann kann ich das auch streichen. Und das ist logisch, ich streiche normalerweise aus der Bibel das raus, was mich bei anderen Menschen anecken lässt, was nicht mehr zum Zeitgeist passt. Da, wo ich so ein bisschen komisch werde, das fliegt raus. Jetzt werdet ihr sagen, Jürgen, kein gläubiger Christ kann da irgendwie drauf reinfallen. Das geht ja gar nicht. Also wir haben den Kindergottesdienst hier im Raum gelassen, weil es einfach zu billig ist, das Argument. Ja, und jetzt gibt es einen Trick. Man kann diese Theologie gläubigen Leuten nämlich besser verkaufen, wenn man folgendermaßen argumentiert, wenn man sagt, natürlich wollen wir nicht einfach aus der Bibel willkürlich Sachen rausstreichen, aber was wir machen ist, wir argumentieren mit Jesus gegen die Bibel. Du wirst sagen, das ist Quatsch. Hä, so quatschig ist das gar nicht. Ich habe euch mal zwei Zitate mitgebracht, damit ihr merkt, also der erste ist jetzt noch kein richtiger Christ. Richard Rohr ist aber jemand, der progressive Theologen stark beeinflusst. Der schreibt in einem Buch, interpretieren Sie die Bibel doch einmal so, wie Jesus es tat. Er ignoriert sie, leugnet sie oder widerspricht ihr, wo sie imperialistisch, strafend, ausschließend oder nach Stammesdenken klingt. Denkst du dir, hä? Ein Jesus, der das Alte Testament ignoriert, leugnet und ihr widerspricht, wo ihm das passt? Genau, das ist der Jesus, der progressiven Theologen. Und einer, der in Deutschland sehr bekannt ist, Siegfried Zimmer, schreibt in seinem Buch, schadet die Bibelwissenschaft dem Glauben? Und ich würde sagen, ja, aber das ist ein anderer Punkt. Er schreibt, biblische Texte, die etwas anderes für richtig halten, als Jesus uns gelehrt hat, dürfen unser Gewissen nicht binden. Dieses, man hätte auch schreiben können, die gelten nicht, aber das klingt irgendwie nicht so nett. Ja, die dürfen unser Gewissen nicht binden. Das Gottesverständnis Jesu, der Lebensstil Jesu und das Evangelium von Jesus Christus sind für uns der Maßstab, an dem wir alles andere in der Bibel messen. Im Konfliktfall argumentieren wir ohne jedes Zögern mit Jesus Christus gegen die Bibel. Und du liest das? Und eigentlich möchte ich dem zustimmen, weil ich möchte immer mit Jesus gegen den Rest der Welt sein. Das ist doch logisch. Aber gegen die Bibel? Also ich frage, wie kann sowas möglich sein? Ist es denn nicht Jesus, der ganz deutlich formuliert in Matthäus hier 5, Vers 17 und 18? Da sagt er doch was über sein Bibelverständnis. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und ich hoffe, ihr versteht jetzt so langsam, wo das Problem liegt. Liberale Theologie möchte uns als evangelikalen Christen eine Idee verkaufen. Und zwar die Idee, dass Jesus das Alte Testament auf eine ganz neue Weise interpretiert. Auch schon mal das Alte Testament ignoriert oder dem Alten Testament widerspricht. Problem, ich lese meine Bibel. Und der Herr Jesus behauptet das genaue Gegenteil. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und zugegebenermaßen kann man etwas länger darüber nachdenken, was das genau bedeutet, dass der Herr Jesus Gebote erfüllt. Es gibt bei meinem Podcast Jesu Leben und Lehre drei Episoden. Nummer 181 bis 183, wenn euch das Thema interessiert. Und trotzdem staunen wir hoffentlich darüber, dass liberale Theologen hier überhaupt einen Konflikt feststellen. Wo kommt dieser Konflikt her, wenn ich ihn nicht sehe? Woran liegt das? Antwort, es liegt daran, dass sie die Bibel für ein Buch halten, das Menschen beschrieben haben und eben nicht der Heilige Geist. Und das bedeutet für sie, sie lesen dieselben Texte wie ich, sie lesen die Evangelien. Also liberale Theologen denken, dass im Neuen Testament ganz viel über Jesus steht, was einfach so, wie es da steht, nie passiert ist, was Jesus so nie gesagt hat. Das Dumme ist, dass sie dir das vorher nicht sagen. Also die gehen nicht auf die Kanzel und sagen, hey, ich glaube fast nichts von dem, was du glaubst, aber lass mich dir meine Predigt halten. Aber das ist im Kopf drin, lass das mich nochmal auf den Punkt bringen, damit ihr mich versteht. Liberale Theologen, und das ist eigentlich die komplette Hochschultheologie, muss man so sagen. Liberale Theologen starten mit der Annahme, dass der Jesus, wie er im Neuen Testament beschrieben wird, dass der Jesus des Neuen Testaments eine Erfindung der frühen Kirche ist. Eine Kunstfigur, die so nie gelebt hat. Das ist der Startpunkt ihres Denkens. Und jetzt merkt ihr schon, wenn ich aber Jesus mal einfach stehen lasse, wie er im Neuen Testament dargestellt wird. Also wenn ich jetzt einfach mal die Idee zulasse, dass Gott Gott ist und Gott denkt, ich würde gerne meinen Gläubigen mal einfach so sagen, was Sache war. Ich inspiriere jetzt durch meinen Geist einfach mal Menschen auf eine Weise, dass die in der Lage sind, ein wahrhaftiges Bild von der Persönlichkeit des Herrn Jesus und von seinen Predigten zu zeichnen. Wenn ich das glaube, dass Gott in der Lage ist, Menschen so zu inspirieren, dass sie wahrhaftig beschreiben, was wirklich passiert ist, sodass ich das lesen kann und kann sagen, aha, spannend, vielen Dank. Wenn ich das glaube, gibt es keinen Konflikt mit dem Alten Testament. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das ist ganz einfach. Wenn also, ich habe euch vorhin das Zitat von Siegfried Zimmer angeworfen, wenn der sagt, das Gottesverständnis Jesu, der Lebensstil Jesu und das Evangelium von Jesus Christus sind für uns der Maßstab, an dem wir alles andere in der Bibel messen. Dann dürfen wir eines nicht falsch verstehen. Das klingt total christlich. Und ich würde das irgendwie sogar unterschreiben, wenn ich nicht genau wüsste, er meint mit dem Wort Jesus nicht das, was ich damit meine. Das ist das Schlimme. Er sagt Jesus, aber er hat ein anderes Jesusverständnis. Ganz simples Beispiel. Vorletzte Woche, Johannes Evangelium, Kapitel 6. Ich bin das Brot des Lebens. Hat uns begeistert, oder? Dass da jemand kommt und sagt, Gaben oder Geber, ihn aufnehmen, ganz intensiv mit ihm leben. Professor Zimmer, das ist absolut unhistorisch, hat Jesus nie gesagt, hat sich die nachösterliche Gemeinde, so nennt man das, hat sich die nachösterliche Gemeinde ausgedacht und ihm in den Mund gelegt. Bitte versteht richtig, richtig gut, was hier passiert. Weil die Welle, die da auf uns als Gemeinden zurollt, ist dermaßen gigantisch, dass wenn ihr die Idee nicht versteht, ihr davon gefangen und ihr davon weggeschwemmt werden könnt. Wenn jemand sagt, im Konfliktfall argumentieren wir ohne jedes Zögern mit Jesus Christus gegen die Bibel. Wer das sagt, meint tatsächlich nicht den Jesus, so wie er im Neuen Testament steht. Liberale Theologen sprechen von Jesus, aber sie sprechen nicht von dem Jesus, den wir kennen. Und eigentlich hat ihr Jesus und unser Jesus auch nur eines gemeinsam. Den Namen. Es ist wirklich so völlig verrückt. Und das müsst ihr verstehen, wenn ihr euch in diese Theologie hineinbegebt. Und ich habe natürlich, ich könnte das gerne machen. Ihr müsst einfach nur verstehen, was die Denkvoraussetzungen sind. Damit ihr den Trick durchschaut. Nochmal den ganzen Trick. Hier, das ist der Trick. Ich komme aus einer Zeit, wo mir, warum auch immer, irgendwas in der Bibel nicht passt. Punkt eins. Und das kann sein Sexualethik. Das kann sein Rollenverständnis. Das kann sein ein strafender Gott. Das kann sein, Jesus als der einzige Weg in die Ewigkeit. Das können aber auch Dinge sein, wie das stellvertretende Opfer Jesu am Kreuz, die Auferstehung, die Jungfrauengeburt. Du hast irgendwas, was dir nicht passt. Punkt Nummer zwei. Naja, dann muss ich einfach die Teile der Bibel loswerden, die mir da Probleme bereiten. Wie mache ich das? Ja, ich erfinde mit den Mitteln der Bibelwissenschaft. Ich muss das so formulieren. Ich muss das mit Anführungs- und Schlusszeichen formulieren. Das muss ich als Naturwissenschaftler tun, damit das Wort Wissenschaft hier einfach nicht zu sehr in Misskredit gerät. Mit den Mitteln der Bibelwissenschaft erfinde ich einen Jesus, der, und jetzt kommt es, genau so denkt, wie ich das gerne hätte. Ist das nicht schön? Ja, jetzt werdet ihr denken, aber dann kann doch jeder das machen. Passiert ja auch. Es gibt eine feministische Jesus-Vorstellung. Es gibt eine Jesus-Vorstellung Richtung Befreiungstheologie. Da ist ein bisschen Marxismus mit rein. Und wir sind halt jetzt in der Postmoderne. Bastel dir deinen Jesus. Den Jesus, der, wo du ein Problem hast, nichts mehr dagegen hat. Es gibt übrigens noch ein dümmeres Argument. Das will ich euch nur einmal kurz präsentieren, weil es immer wieder kommt. Und statt mir einen neuen Jesus zu basteln, der nichts dagegen hat, kann ich auch formulieren, ja, Jesus hat zu dem Problem XY nie etwas gesagt und deswegen war es ihm egal. Entschuldigt, wenn ich das einfach nur sage, es gibt zwei Gründe, warum man nichts zu etwas sagt. Entweder ist es mir wirklich egal. Der zweite Punkt wäre, es ist so selbstverständlich, dass ich nichts sagen muss. Versteht ihr? Aber das ist nur so ein dummes Seitenargument. Das müsst ihr nur einmal gehört haben. Ich erfinde einen neuen Jesus und dann argumentiere ich mit meinem neuen Jesus, der ja gar nichts gegen all die Sachen hat, die mir Probleme bereiten, gegen die Bibel. Im Allgemeinen dann gegen das Alte Testament, manchmal auch gegen neutestamentliche Aussagen. Also mir passt etwas nicht, ich will das gerne loswerden. Ich erfinde einen Jesus, der genauso denkt, wie ich das brauche und dann ohne jedes Zögern mit Jesus gegen die Bibel. Wenn es nicht so traurig wäre und wenn das Menschen nicht zu Tausenden im Moment den Glauben an Jesus kosten würde. Das ist der Weg der liberalen oder progressiven Theologie, der sich aktuell in vielen freien Gemeinden durchsetzt. Du hattest mir einen Artikel geschickt, in evangelikalen Ausbildungsstätten zum Teil schon durchgesetzt hat. Und wisst ihr was? Wir leben als postmoderne Menschen. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, unser Gefühlsleben ist uns viel zu wichtig. Und deswegen garantiere ich euch, wird dieser Weg sich durchsetzen. Aus einem ganz einfachen Grund. Dieser Weg der Liberalität wird uns befreien vor dem Schlimmsten, was uns in diesem Land passieren kann. Wir werden ja nicht wirklich verfolgt und ins Gefängnis gestoßen, wir werden auch nicht unseren Job oder so. Aber wer von euch möchte in die Schublade gesteckt werden, du weltfremder, intoleranter Faschist? Wer möchte da drinstecken? Und ganz ehrlich, wir haben die Postmoderne geschluckt. Wir haben dieses innere, ich mache nächstes Jahr mal ein paar Beispiele, damit ihr wisst, wie sehr ihr das geschluckt habt. Noch glaubt ihr mir das nicht, dass das Wohlfühlen für euch so ein halber kleiner Gott geworden ist. Zeige ich euch nächstes Mal in der Einleitung. Heute reicht es zu sagen, Menschen werden glauben, weil sie es glauben wollen. Und lasst uns bitte, bitte, bitte nicht denken, wir seien irgendwie immun gegen den Zeitgeist oder gegen diesen Wunsch von allen Menschen gemocht zu werden. Niemand stellt sich hin und sagt, macht mich bitte zum Außenseiter, das habe ich mir immer schon gewünscht. Das wird niemand tun. Frage, was können wir tun? Antwort, wir müssen, wenn wir geistlich das überleben wollen, was an Welle auf uns zurollt, wir müssen zwei Dinge tun. Erstens, wir müssen eine Entscheidung treffen, wofür wir die Bibel halten. Und zweitens, wir müssen zuhören, was Jesus über die Bibel sagt. Das ist die Frage. Ist die Bibel Gottes Wort an uns oder ein Buch von Menschen, die aus ihrer Sicht etwas über Gott geschrieben haben? Du wirst dazu eine Entscheidung treffen müssen. Und nicht nur eine Entscheidung im Sinne von Check, sondern eine Entscheidung, die sich in deinem Leben ganz praktisch wiederfindet. Darf die Bibel als Gottes Wort autoritativ in dein Leben hineinsprechen? Das ist die Frage. Spricht sie in dein Leben hinein? Hat sie das in der letzten Woche getan? Hast du konkrete Momente in der letzten Woche vor Augen, wo du wusstest, da habe ich einen Fehler gemacht, das hat mir Gott gezeigt, habe ich in Ordnung gebracht? Danke, Herr. Es ist ein Kommunikationsmittel. Ich kann es nicht anders formulieren. Und deswegen, ich werde jetzt keine Predigt darüber halten, warum ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber hier wären ein paar Punkte, die mich zum Beispiel davon überzeugen, dass die Bibel ein ganz, ganz außergewöhnliches Buch ist und wirklich ein Buch, was heraussticht. Ich würde, wenn mich jemand fragt, warum glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Ich würde erstens sagen, ihr Alter, sie ist einfach uralt. Das ist das erste Buch, was, soweit wir das wissen, geschrieben wurde, ist noch vor den Weden. Zweitens, ihre Aktualität und Ehrlichkeit. Das ist der absolute Hammer. Du liest die Bibel und du möchtest ja gar nicht denken, dass der Mensch so blöd und so böse ist, wie es da steht. Bis du die Zeitung aufschlägst und sagst, doch, ist genau so. Die innere Kohärenz, ich habe ein Buch über 2000 Jahre hinweg geschrieben von über 40 Autoren und ich schaue ins erste Buch hinein, was da ist, erste Mose, ich schaue ins letzte Buch hinein, Offenbarung, und ich kann die Verbindungen ziehen. Das ist der Hammer. Wo hast du das denn? Eine innere Kohärenz, die mich absolut begeistert. Es gibt Prophetien. In Jesaja Kapitel 43, nee 41 Vers 23 wird das als Gottesbeweis definiert. Prophetien, die, zeig mir doch ein Buch mit Prophetien. Zeig es mir einfach. Und ich gebe dir, wie viel möchtest du da haben? Ein Dutzend, zwei Dutzend, drei Dutzend? Wollen wir uns nur über die Messias-Prophetien oder über historische Prophetien? Da sind so viele Prophetien drin, dass liberale Theologie, für die es ja keine Prophetien gibt, gezwungen ist, die ganzen Bücher immer hinter die Prophetien zu packen. Was natürlich irgendwann nicht mehr funktioniert. Lebenspendend. Das heißt, da wird beschrieben, wie man eine lebensspendende Beziehung zu Gott bekommt. Und übrigens eine lebensspendende Beziehung, die sich auswirkt. Wusstet ihr, dass alles, was du in dieser Welt halbwegs schön findest, das können wir als Christen eigentlich für uns verbuchen? Nee. Doch. Du möchtest wissen, wer die ersten weißen Häuser gegründet hat. Du möchtest wissen, wer die ersten armen Häuser gegründet hat. Du möchtest wissen, wer das Rote Kreuz erfunden hat, maßgeblich für die Abschaffung der Sklaverei im Westen verantwortlich war. Wer steckt hinter der Gründung von Universitäten eigentlich oder für die Entwicklung der Naturwissenschaften oder wie wäre es mit Menschenrechten? So ganz grundsätzlich diese Idee der Barmherzigkeit. Tschakka. Ein Buch. Punkt. Ein Buch und dieses Buch hat Menschen zum Leben geführt und dieses Leben, das ist so ein bisschen Tupperware-Prinzip, ja, plötzlich wollen sie alle haben. Ja, das ist Kulturgeschichte. Die Kulturgeschichte ist dieser Welt, ist im Wesentlichen eine Erfolgsgeschichte der Bibel. Es ist völlig klar, warum das erste gedruckte Buch in Europa eine Bibel sein musste, ja, was denn sonst? Und dann diese einmalige Botschaft der Errettung aus Gnade, nicht wie alle anderen Religionen, die sagen, ich gebe dir neue Regeln, neue Gebote, streng dich an. Jetzt kommt einer und sagt, hör auf, ich habe mich schon für dich angestrengt, ich bin schon am Kreuz gewesen. Wie wäre es mit Glauben? Wie wäre es mit sich beschenken lassen? Wie wäre es mit Nachfolge? Lass mich doch vorangehen. Das reicht doch, wenn du hinterherläufst. Du hast doch bisher auch dein Leben nicht auf die Reihe gekriegt. Versteht ihr? Das ist die Bibel. Und du kannst alle anderen Bücher, wir können uns ja gerne nachher bei Pastor und Bibel drüber unterhalten, wir können die anderen Bücher ja daneben legen. Und zeig mir mal irgendein Buch, was vergleichsweise wäre. So, aber das war keine Predigt darüber, warum ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und damit niemand denkt, ich glaube an die Bibel, ich glaube an Jesus, gar keine Frage. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott uns ein Buch hinterlassen hat, weil er tatsächlich mit mir und mit dir kommunizieren wollte. Über die Jahrhunderte hinweg mit der Menschheit kommunizieren wollte. Und hinter diesem Buch gibt es genau einen Autor. Deswegen auch diese innere Stimmigkeit. Und dieser eine Autor, das ist der Heilige Geist. Der Menschen inspiriert, Dinge aufzuschreiben, von denen Gott wollte, dass ich sie heute noch lesen, hören und anwenden kann. Und da heißt es in 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16 und 17. Denn jede Schrift, die von Gottes Geist eingegeben wurde, und wir merken schon, die Bibel geht davon aus, dass es solche Texte gibt, ist nützlich für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt. Mit den Heiligen Schriften in der Hand ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes. So, ich habe gesagt, wir müssen zwei Dinge tun, wenn wir die Gefahren, die von liberaler Theologie ausgehen, wenn wir denen widerstehen wollen. Erstens, wir müssen uns dafür entscheiden, was die Bibel für uns ist. Und diese Entscheidung ist super wichtig. Das dürfen wir uns auch nicht leicht machen. Wenn du sagst, Jürgen, das hat mich jetzt noch nicht überzeugt, geschenkt, dann kauf dir ein, zwei Bücher und arbeite das nach. Das ist wirklich, es geht um Leben und Tod, von daher, da darf man ein bisschen Zeit reinstecken. Der andere Punkt ist aber der, und das ist so das Zweite, und damit möchte ich nächsten Sonntag anfangen. Wir müssen uns anschauen, wie steht denn jetzt der Herr Jesus zum Alten Testament? Also, wenn der Jesus im Neuen Testament, an den wir glauben, keine Erfindung der Kirche ist, dann lohnt es sich doch darüber nachzudenken, wie ist er denn mit der Bibel umgegangen? Also mit seiner Bibel, sprich dem Alten Testament. Welchen historischen Wert misst er dem Alten Testament bei? Welche Autorität hat das Alte Testament für sein Leben? Und wen hält er für den Autor? Drei Fragen, die wir nächstes Mal angehen wollen. Heute reicht mir die eine Frage. Nehmt die bitte mit. Was ist die Bibel für dich? Und warum? Amen.